Und willkommen zu einem neuen Video auf dem Albi White Kanal. Ich hoffe der Kanal gefällt euch und auch das Video. Es gibt heute wieder nur weitere Reactions. Ursprünglich wollte ich ein Fortnite Video machen, aber das ist nicht so gut gelaufen. Mein Speicherplatz hat sich verabschiedet. Und ja, wir starten rein. 3, 2, 1. Hallo Arnold, hey. Wie ich sehen, ist die Late Night Beer Party ein ganz großer Erfolg geworden. Aber vergiss nicht, morgen früh hast du eine Konferenz von YouTubern mit einem IQ unter 60. Dann will ich dazu. Und wenn du zu spät kommst, ist deine Karriere im Eimer. Für die Toilette ist keine Zeit mehr. Zieh hoch Kumpel. Jetzt werden sie wie so IQ unter 60. Die Blase fasst bequem 150 bis 200 Milliliter Flüssigkeit. Bei 400 bis 500 Milliliter spürst du einen gewissen Druck. Du hast wohl viel getrunken. Der Chef scheint schlechte Laune zu haben und Toilettenpausen fallen wohl aus. Die Flüssigkeit wird von den Viren aufgenommen und geht dann durch den Harrenleiter in die Blase runter. Du fühlst dich wahrscheinlich ein bisschen gestresst, Arnold, denn jetzt musst du den Drang mit deinen Muskeln zurückhalten. Ich empfinde dir nicht zu lachen, Arnold. Oder niesen oder husten. Alles, was die Muskeln schlägt, könnte dazu führen, dass du ausläufst. Ganz ehrlich, ich hätte auch gedacht. Du bist gerettet. Der durchschnittliche Mensch geht sechs bis acht Mal am Tag pinkeln. Oh, Pech gehabt, Armin. Ich werde vorgedreht. In der Antike erlaubten es die Regeln des Anstands in der Öffentlichkeit zu pinkeln. Und die Unterteilung der Toiletten in Damen- und Herren-Toiletten wurde erst 1792 eingeführt. Okay, die Pause ist vorbei, Kumpel. Jetzt bist du an der Reihe, deinen Vortrag zu halten. Wenn du weiter anhältst, dehnen sich die Blasenwände, sodass du noch etwas zurückhalten kannst. Aber das kann gefährlich werden. Bakterien und Säuren in deinem Urin können zurück in deine Nieren wandern und Blasen- und Nierenbeckenentzündungen verursachen. Es scheint, Arnold, dass jeder deine Unzufriedenheit mit der Unternehmenspolitik gut heißt. Komm schon, Arnold. Ich weiß, dass du es noch ein bisschen länger aushalten kannst. Nur noch 50 Gespräche, dann darfst du. Nun, das war's. Zeit, nach Hause zu gehen. Und Arnold, ich rate dir, keine plötzlichen Bewegungen zu machen. Wenn deine Blase so voll ist, dann könnte sie platzen. Juhu, du bist fast zu Hause. Jetzt müssen wir nur noch durch den ordentlichen Berufsverkehr kommen. Beweg dich langsam. Oh nein, es sieht so aus, als würde dein Nachbar kommen, Arnold. Du weißt schon, der Typ, der alle umarmen will. Au, das ist nicht gut. Autsch, der tut mir aber so fein, der Arnold. Naja, jetzt wird er nicht mehr vorne, mit dem es verfolgen ist. Und kann zur riesigen Himmelstonne zählen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, ich werde schauen, dass ich wieder weitere Fortnite-Videos mache. Und wenn euch die Fortnite-Videos besser als die Reactions gefallen, dann lasst doch gerne ein Like da. Ja, ähm, das soll's gewesen sein von dem Video. Ciao. Ciao.